Hallöchen und weiter geht's mit Dominations. Wir sind jetzt im Kampf, gucken erstmal von wo wir am besten angreifen können. Ich würde sagen, hier oben ist es vielleicht sehr sinnvoll. So, dann hoffen wir einfach mal, dass wir hier gewinnen. Werden wir sehen, müssen wir gucken. Die Mauer haben wir schon mal zerstört, ist erstmal sehr, sehr wichtig. Von daher glaube ich auch, dass wir jetzt relativ gute Karten haben. Jo, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt zischen wir hier runter und machen da nochmal Bambule ein bisschen. Die Garnisionen müssen wir auf jeden Fall zerstören und den Katapult, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Aber das wird alles, denke ich. Jo, so sieht es aus, der Katapult ist im Arsch, so muss es sein. Jo, das Kolosseum haben wir auch zerstört, von daher ist alles schick, alles Bombe. Materialtechnisch sind wir auch schon gut bestückt, haben wir auf jeden Fall schon gut was eingesammelt. Von daher haut das alles hin. Hier haben wir schon unsere knappen 200.000 Nahrung und über 300.000 Gold. Haben wir jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen was angespart. Da werden wir jetzt gleich mal gucken, was wir damit machen können. Klar, erstmal müssen wir ein paar Truppen ausbilden, die, die wir verloren haben. Aber dann können wir natürlich das Material relativ gut auf den Kopf kloppen, um uns weiterzuentwickeln. Und das machen wir natürlich auch gut. Jetzt haben wir die vollständige Zerstörung am Start. Plus sieben Ordenpunkte. Und nahrungstechnisch haben wir auf jeden Fall auch gut abgestaubt. Neun Verluste haben wir. Die werden wir aber gleich wieder ausmerzen. Von daher ist darauf erstmal schissen. Wir gehen gleich mal hier rauf auf unsere Kaserne, auf Ausbilden. Bilden davon zack ein paar aus und bilden... Wie viele haben wir davon? Noch sechs. Dann bräuchten wir davon nur einen. So sieht es aus. Dann können wir hier noch einen mit hin zaubern. Und dann ist eigentlich alles schick, würde ich sagen. Den können wir aber weg machen. Nehmen wir nur so einen mit. So, dann haben wir erstmal wieder ein paar Truppen ausgebildet. Hier habe ich gerade alles abgeerntet. Von daher haut das auf jeden Fall hin. So, wie gesagt. Jetzt haben wir gut Kohle auf Tasche. Können jetzt erstmal gucken, was wir damit veranstalten können. Lagerhaus könnte man natürlich ausbauen. Können aber auch den Stall ausbauen. Das wäre auch eine sinnvolle Aktion. Muss man gucken, wie man das am besten macht. Was man hier am besten macht, ist natürlich auch immer so die Frage. Den haben wir auch ausgebaut. Wie gesagt, ich würde mich jetzt vielleicht für das Lagerhaus bald entscheiden. Ich weiß es noch nicht. Im Tempel gibt es 200 Nahrung, um den auszubauen. Da würde ich sagen, wir haben jetzt erstmal hier noch ein paar Tiere jagen. Um zu gucken, was wir da bekommen. Ich hoffe natürlich, dass es ein bisschen viel Nahrung wird. Dass wir dann später hier den Tempel ausbauen können. Aber da müssen wir, wie gesagt, erstmal gucken. So, jetzt können wir, wie gesagt, hier ein Gebäude ausbauen. Schreibt ihr mal in den Kommentar, auf welches Gebäude ihr ausbauen würdet. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Würde gerne mal von euch wissen. Hier baue ich gerade meine Schmiede aus. Die dauert noch eine Stunde, 50 Minuten, bis sie fertig ist. So, dann haben wir gut Nahrung wieder eingesammelt. Können wir hier gleich nochmal schnell was jagen. Hier haben wir noch ein Reh. Aber mehr rennt hier ja nicht mehr rum. Das ist natürlich auch bitter. Naja, so ist es eben. So, was machen wir nun mit unserer Kohle, mit unserer Nahrung? Ich weiß es nicht genau. Könnten sagen, oh. Was würde 200.000 dauern? Zwei Tage. Das wäre vielleicht ja nicht so bekloppt, wenn wir das machen würden. Ich würde sagen, das werden wir auch machen. Aber lieber würde ich natürlich irgendwas für die Verteidigung ausbauen. Bücherei, ja, okay. Den Tempel, was wäre da? Die Schmiede verbessern wir, ja. Wie gesagt, von daher würde ich sagen, nehmen wir jetzt einfach das Lagerhaus mit in Angriff. Zwei Tage dauert es. Ist jetzt zwar eine ganze Weile, aber damit können wir leben. So, dann würde ich sagen, werden wir gleich mal unsere Mauern hier ausbauen. Hier auch verbessern. So, okay. Dann kloppen wir zwar richtig Kohle auf den Kopf. Aber es lohnt sich natürlich, Mauern ausbauen ist immer sehr von Vorteil. So, jetzt brauchen wir nur noch ein Stück Mauer ausbauen. Und dann sieht es... Ah, da haben wir noch ein Stück. Und dann sieht es doch erstmal Bomber aus. Die Mauern haben wir jetzt alle gleich ausgebaut. Von daher haut es hin. So, dann sammeln wir hier erstmal nochmal unser Gold ein. Hier dann unsere Nahrung. Und dann würde ich sagen, sind wir auch erstmal durch. Wo ich das bittere ist. Ich hätte natürlich gerne die 200.000 voll gemacht. Dann hätten wir hier auf jeden Fall auch noch was ausbauen können. Nur das Ding ist, wir haben ja sowieso nicht genug Bewohner. Von daher fällt es erstmal flach, würde ich sagen. Taktikenforschung. Jetzt könnten wir hier natürlich noch was erforschen. Erhöht das Limit für Straßen um 5. Also das könnten wir auf jeden Fall auch noch ausbauen. Straßen Kapitel Nummer 3. Wäre auf jeden Fall Söldnergruppen. Erhöht die Söldner. Und dann halt zwei versteckte Verteidiger kommen aus dem Wald. Das hätte ich natürlich auch. Aber da haben wir natürlich kein Gold mehr auf Tasche. Von daher könnten wir jetzt sagen, wir bauen die Straßen nochmal aus. Das müssen wir uns aber überlegen. Wir könnten natürlich auch alles ein bisschen sparen. Und dann später gucken, was wir damit machen. Könnten aber auch eine Karawane ausbauen. Das ist auf jeden Fall auch eine sinnvolle Sache. Aber wir haben wie gesagt nur einen Bewohner. Von daher müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen edulden. Unser Material müssen wir erstmal noch auf Tasche behalten. Und dann später gucken, was so geht. Wir hatten ja gerade einen Kampf. Den haben wir relativ souverän abgeschlossen. Von daher würde ich sagen, sind wir auch erstmal durch für heute. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Hier haben wir einen neuen Erfolg. Multiplayer-Siegeserie. Gewinne 25 Multiplayer-Kämpfer nacheinander. Sehr schön. Haben wir gleich wieder ein paar Kronen dafür bekommen. Und sind auch wie gesagt erstmal durch. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie viele Erfolge ihr schon fertig habt. Ich habe 12 von 57. Es ist auf jeden Fall noch eine ganze Menge noch zu machen. Wie gesagt, wir sind durch. Ich wünsche euch mal bis dann. Tschüss.